2. Juni 1963 Nach der Heiligen Kommunion sprach der Herr Jesus Wie dein Leib das Atmen nicht entbehren kann, genauso notwendig ist es auch für deine Seele. 3. Das Atmen deiner Seele sei die Verdemütigung Im Monat meines heiligen Herzens werde ich dich mit besonders vielen Gnaden überhäufen und die Tugend der Sanftmut und Demut in deine Seele vermehren. 4. Diese brauchst du am notwendigsten. 5. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 5. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 6. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 6. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.